Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Die UFO-Flotte. Aktuell häufen sich die Gerüchte über angebliche Alien-Sichtungen des James-Webb-Teleskops. Ohrkrepierer mit Hoffnungsschimmer. Der URP-Disclosure Act ist gescheitert. Schon wieder. Reichweite. Luis Elizondo in der Daily Show und Gerüchte über einen leeren Kaffeebecher. Trump und der Astronaut. Neue Bestätigungen des Phänomens von hoher und höchster Stelle. Deutsche UFO-Sonden auf dem Mars. Die Uni Würzburg arbeitet an Roboterschwärmen für den Mars-Einsatz. In den letzten Tagen rauschte es wieder einmal im virtuellen Blätterwald. Soll heißen, vor allem auf Twitter X und in einschlägigen Podcasts wurde ein Thema wieder und wieder erwähnt, um nicht zu sagen hochgespielt. Hier zuerst die Behauptungen, beziehungsweise Gerüchte. Erstens. Das James-Webb-Space-Teleskop hat auf einem entfernten Planeten Spuren einer technischen Zivilisation gefunden. Zweitens. Alternativ oder zusätzlich hat es ein massives und offenbar gesteuertes Objekt in mehreren Lichtjahren Entfernung entdeckt, das sich auf die Erde zu bewegt. Drittens. Angeblich wird dieses Objekt sogar von einer ganzen Flotte von künstlichen Objekten begleitet, also weiteren Objekten. Außerdem wäre der US-Kongress in einer geheimen Sitzung über diese Dinge informiert worden. Sehen wir uns das der Reihe nach an. Bereits seit einem Jahr gibt es Gerüchte, dass das James-Webb-Teleskop diverse Technosignaturen entdeckt hätte. Immer wieder tauchten dabei Behauptungen auf, dass auf einem entfernten Planeten wechselnde Lichtsignale entdeckt worden wären, die auf eine dort ansässige, hochentwickelte Zivilisation schließen lassen. Und zwar mit Hilfe von MIRI, einem Teil des Teleskops. MIRI ist ein hochauflösendes Infrarotinstrument, das äußerst empfindlich auf Infrarotstrahlung reagiert und sogar in der Lage wäre, auf nicht allzu weit entfernten Planeten Lichtsignale zu entdecken. Und das wäre nun auf Proxima b, einem potenziell bewohnbaren Planeten in unserer relativ kosmischen Nachbarschaft, geschehen. Ein Teil davon ist wahr. Das Gerücht geht nämlich darauf zurück, dass eine wissenschaftliche Arbeit im Vorjahr zu dem Schluss gekommen war, dass das Teleskop theoretisch dazu in der Lage wäre, auf einem Planeten wie Proxima b solche Signale zu entdecken. Es kursieren sogar Bilder dieser angeblichen Lichter auf unserem Nachbarplaneten. An der ganzen Sache ist aber definitiv nichts dran. In Wirklichkeit wurden bisher nur relativ interessante Lichter auf einem braunen Zwerg gefunden. Ein brauner Zwerg ist ein Himmelskörper so zwischen einer Sonne und einem Gasriesen wie Jupiter, auf dem es sich jedenfalls nicht bequem leben lässt. Also um genau zu sein, eigentlich gar nicht. Die Quelle für das zweite Gerücht lässt sich nicht eindeutig feststellen. Es gibt auch unterschiedliche Angaben, auch was die Entfernung dieses angeblichen Objekts betrifft. Unter anderem habe ich fünf oder auch zehn Lichtjahre gelesen. Dieses Objekt sei eben riesig, ja planetengroß und wäre aufgrund seiner Bewegungen eindeutig nicht natürlich, sondern künstlich. Dazu ist zu sagen, dass das James-Webb-Teleskop, soweit ich weiß, gar nicht in der Lage wäre, ein solches Objekt zu entdecken. Und falls doch, dann könnte es trotzdem aufgrund der Distanz sicher keine Kursänderung feststellen. Ich will hier keine großen Vergleiche anstellen, aber das wäre etwas so, als würde man von den USA aus mit einem Teleskop versuchen festzustellen, ob ein bestimmtes Reiskorn in China umgefallen ist oder nicht. Jedenfalls gibt es weder offizielle noch inoffizielle Bestätigungen für diese Behauptungen. Insider erklären vielmehr, an der Sache sei nichts dran. Für die dritte Behauptung gibt es tatsächlich Quellen. Allerdings sind das hauptsächlich Remote Viewer und Hellseher. Nun, die wissenschaftliche Erforschung solcher Phänomene durch die Parapsychologie haben zwar gezeigt, dass solche Fähigkeiten real sind, aber es ist auch bekannt, dass sie unpräzise sind und der Interpretation der Empfänger unterworfen. Die konkrete Behauptung, dass ein planetengroßes Objekt gefolgt von einer gigantischen Armada von Raumschiffen auf dem Weg zur Erde sei und beim Eintreffen vielleicht sogar starke Störungen in der Gravitation unseres Sonnensystems hervorrufen würde, beruht also auf nicht viel mehr als einer Vision. Das einzige Handfeste an all dem ist eine Frage des Kapitolreporters Matt Laszlo an den Abgeordneten Andre Carson. Laszlo fragte ihn, ob er Teil eines geheimen James Webb Space Teleskop Briefings gewesen sei und Carson antwortete, kein Kommentar. Das war es. Ende der belastbaren Fakten. Die Aussage von Carson kann natürlich alles bedeuten. In der Bandbreite von er hat an einem solchen Treffen teilgenommen bis zu ein solches Treffen hat überhaupt nicht stattgefunden. Klingt also irgendwie geheimnisvoll, muss es aber gar nicht sein. Weniger aufgeregte Beobachter meinen, dass es in der letzten Zeit sicher einige neue geheime Briefings amerikanischer Abgeordnete zum UAP-Thema generell gegeben hätte. Die finden ja durchaus laufend statt. Und dass da irgendwer irgendwas verwechselt und mit dem Teleskop in Verbindung gebracht hat. Ich will nicht völlig ausschließen, dass da doch noch mehr dahinter ist. Aber das ist der Stand der Dinge. Sollte sich Neues ergeben, dieser Kanal wird berichten. Trotz aller Bemühungen der Enthüllungsbewegung – wir haben in der letzten Folge darüber berichtet – ist nun auch der zweite Anlauf des Schumer-Rounds-Gesetzes gescheitert. Und zwar frühzeitig und ganz anders als im vorigen Jahr. Im vorigen Jahr kam der aufsehenserregende Gesetzestext nämlich zur Abstimmung im Senat, wurde dort einstimmig angenommen und anschließend in den Verhandlungen mit dem Repräsentantenhaus abgeschossen. Denn zu einer endgültigen Fassung von Gesetzen müssen beide Häuser des amerikanischen Parlaments zustimmen. Diesmal kam es nicht einmal zur Abstimmung im Senat. Ohne auf die ganzen Interna der amerikanischen Gesetzgebung einzugehen, ein Gesetzesentwurf oder ein Zusatz zu einem anderen Gesetz muss in einem Ausschuss besprochen und inkludiert werden, bevor er zur Abstimmung kommt. Diesmal wurde im Senat bereits die Hinzufügung des Zusatzes abgelehnt. Gerüchteweise auf Betreiben des republikanischen Abgeordneten Rand Paul, der, wie man so hört, eine negative Haltung zu UFO-Themen hat, weil er die 22 Millionen, die damals für Aussepp ausgegeben wurden, für Verschwendung hält. Und Verschwendung ist eines seiner roten Tücher. Allerdings sind 22 Millionen im amerikanischen Verteidigungshaushalt eine lächerliche Summe. Und die Sache liegt schon fast 20 Jahre zurück. Ob Paul, falls er es war, aufgrund der Einflüsterungen möglicher Gatekeeper so gehandelt hat oder einfach so, lässt sich nicht klären. Senator Rand Paul gilt jedoch grundsätzlich als verhaltensoriginell und hat schon in den seltsamsten Dingen zugestimmt oder abgelehnt. Wie auch immer, auch der zweite Anlauf ist gescheitert und das Gesetz damit vermutlich endgültig tot. Und somit auch der Plan der kontrollierten Enthüllung durch ein Panel aus Experten, das war ja das Kernstück des Gesetzes. Was bleibt, ist der Gesetzesentwurf selbst, der in den Archiven des Kapitals gespeichert bleibt und seine immer noch sehr explosiven Formulierungen. Aber nicht alles ist verloren. So wird es Ende des Jahres vermutlich trotzdem drei neue UFO-Gesetze geben. Eines zur Revision, also Überprüfung von Arrow, dem UFO-Büro des Pentagons, eines über die Frequenz, in der Arrow im Kongress berichten muss und ein Verbot an Militärs und Geheimdienste, Mittel für die UAP-Forschung auszugeben, wenn der Kongress nicht explizit darüber informiert wird. Diese Gesetze sind auch nicht ohne. Wir werden berichten, ob sie dann durchgehen und was sie in der Endfassung beinhalten werden. Ob es im nächsten Jahr einen dritten Anlauf für das Schumer-Rounds-Gesetz geben wird, ist allerdings fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass sich die beiden Senatoren und ihre Enthüllungskollegen und Kolleginnen etwas Neues einfallen lassen werden. Im Zuge des Abwürgens haben sich natürlich sofort mehrere Stimmen erhoben, nicht zuletzt die von Matt Ford von der Good Trouble Show, die nun sozusagen bittere Rache in Form einer katastrophalen Enthüllung angekündigt haben. Ob das tatsächlich geschehen wird und in welcher Form, etwa durch neue Whistleblower, wird sich zeigen. Die Ablehnung des Gesetzes ist auf jeden Fall wieder einmal ein Rückschlag in dieser Berg- und Talfahrt des gesamten Disclosure-Prozesses. Aber sicher noch nicht die Endstation. Neben den drei erwähnten neuen Gesetzen wird es auch die angekündigte Anhörung vor dem Repräsentantenhaus unter dem Vorsitz von Nancy Mace geben und für die ist ein Termin inzwischen fix angekündigt. Sie wird am 13. November stattfinden, also nach der US-Wahl. Und sollte sich die politische Lage in den USA bis dahin beruhigt haben und es nicht zu einem neuen Aufstand oder Mini-Bürgerkrieg kommt, ist das für eine breitere mediale Berichterstattung auf jeden Fall ein günstiger Termin. Und damit nicht genug. Es gibt noch weitere News, was das US-Parlament und UAP-Gesetze betrifft. Man sollte nämlich die Wirkung auch von kleineren Gesetzen nicht unterschätzen. Das kastrierte Schumer-Rounds-Gesetz des vorigen Jahres ging ja dann, wir haben darüber berichtet, schließlich doch in einer etwa 20-seitigen Fassung durch. Zwar wurden damals die Zugriffsrechte und andere wesentliche Punkte herausgestrichen, aber es blieb bei einer verpflichtenden Veröffentlichung aller UFO-Daten durch alle Abteilungen des amerikanischen Staatsapparats und deren Lieferung an das National Archive. Unter anderem soll alles an Material freigegeben werden, das älter als 25 Jahre ist und für das es keine sehr speziellen Gründe gibt, es weiterhin geheim zu halten. Die National Archives and Records Administration, NARA, hat daher inzwischen ihre gesetzlich verpflichtete Unidentified Animalous Phenomena Records Collection etabliert. Für die Abgabe gibt es eine Deadline, nächsten Monat, also im Oktober. Aber das Gesetz zeigt bereits jetzt Wirkung. Offenbar ist nämlich bereits jede Menge Material eingegangen und vor wenigen Tagen hat das Nationalarchiv einen sogenannten Data Dump veröffentlicht. Soll heißen, sie haben eine riesige Datenmenge, einen riesigen Datenhaufen auf einmal freigegeben. Es handelt sich um nicht weniger als um ein Terabyte an Daten, umgerechnet also etwa eine halbe Million Seiten Text. Wobei es sich nicht nur um Texte handelt, sondern auch um Fotos und Filme. Und darunter sowohl Videos von unbekannten Objekten als auch um Interviews mit Generälen und anderen Mitarbeitern des Staatsapparats zu diesen Themen. Wie das Nationalarchiv dazu erklärte, handelt es sich um eine erste Tranche. Weitere in unbekannter Größenordnung werden ergänzt. Die Folgen davon sind noch unabsehbar. Gerade jetzt wühlen sich Experten und UFO-Forscher durch das gesamte freigegebene Material. Außerdem gibt es bereits Pläne und erste Schritte, künstliche Intelligenz darauf zu programmieren, diese Datenmenge zu analysieren, besonders interessante einzelne Dinge herauszufiltern und auch konkrete Schlüsse aus der Gesamtmenge zu ziehen. Noch einmal langsam. Ein Terabyte an Daten. Das ist absolut nicht unbedeutend. Und selbst wenn viel Schrott dabei ist und so manche amerikanische Regierungsabteilung vielleicht noch Dinge zurückhält, wird sich daraus so einiges ablesen lassen. Die Enthüllung schreitet voran. Wir leben in interessanten Zeiten. Es mag schon ein wenig ermüdend wirken, jedes Mal über die Medienauftritte von Lou Elizondo zu berichten, aber solange es da etwas Berichtenswertes gibt, werden wir berichten. Und es gibt tatsächlich noch immer so einiges und auch immer wieder Neues. Da wäre etwa der Auftritt von Lou Elizondo bei der Daily Show. Eine von vielen Millionen Leuten gesehene legendäre Comedy-Talkshow. Das ausführliche Gespräch zwischen Elizondo und dem Host Ronny Chiang war abwechslungsreich und witzig, transportierte aber auch alle wesentlichen Botschaften. Chiang brach dabei immer wieder in spitze Schrei aus, so wie Aliens, There are effing aliens, was insgesamt einen witzigen Kontrast zu den größtenteils ernst vorgebrachten Fakten von Elizondo darstellte. Tatsächlich waren die Emotionen des Moderators meiner Meinung nach sogar erfrischend, denn die meisten Interviewer wirken eher skeptisch, wenn sie diese Informationen hören oder nehmen sie professionell gelassen zur Kenntnis. Die sicher zum Teil gespielten Reaktionen von Ronny Chiang dürften aber recht gut die Emotionen von Leuten widerspiegeln, die tatsächlich das erste Mal mit diesen Dingen konfrontiert werden. Außerdem bestätigte Elizondo in diesem Gespräch vor einem Millionenpublikum, dass Roswell stattgefunden hat. Das ist eines der Dinge, die er in seinen letzten Interviews deutlicher ausgesprochen hat als zuvor oder in seinem Buch. Er scheint seine Aussagen also relativ nuanciert, aber doch immer wieder zu erweitern. So haben wir etwa vor einiger Zeit hier berichtet, dass es in einem Interview so klang, als würde er behaupten, er hätte echtes geborgenes Material des Roswell-Absturzes in der Hand gehabt. Inzwischen klingt es nicht nur so, er hat das klar und deutlich bestätigt. Ein originelles Gerücht kursiert auch um sein letztes Gespräch mit Matt Ford. Im Verlauf des Gesprächs hat er nämlich mehrmals auffällig und mit deutlichen Blick in die Kamera aus seinem Kaffeebecher getrunken, der bereits leer war. Angeblich, so das Internet, wäre das Trinken aus einem leeren Becher ein spezielles Zeichen innerhalb der Geheimdienste. Manche verweisen dabei auf einen Fleck auf der Unterseite des Bechers, der angeblich so ähnlich aussieht wie der Asteroid Apophis, der sich derzeit ihrer Erde nähert und sehr knapp an ihr vorbeifliegen wird. Das halte ich eher für Blödsinn. Aber eine andere Interpretation dürfte Hand und Fuß haben, denn angeblich bedeutet das Trinken aus einem leeren Behältnis die schweigende Zustimmung und Bestätigung zu etwas Gesagtem, das man aber nicht laut aussprechen möchte. Lou hat diese Geste an mindestens zwei Stellen gemacht. An welchen Stellen das war und was er damit vielleicht aussagen wollte, werde ich jetzt hier nicht ausbreiten. Einschlägig, detektivisch Interessierte können sich das Video ja gerne selbst genauer ansehen. Link dazu, wie auch zu dem Auftritt in der Daily Show in der Beschreibung. Abgesehen von der Roswell-Aussage war das Bedeutendste an dem Auftritt von Elizondo bei dieser Show, dass er damit wieder einmal vollkommen neue Leute erreicht und vollkommen neue Leute mit der Realität des Phänomens konfrontiert hat. Zahlreiche Reaktionen auf Twitter und Reddit belegen, dass das auch tatsächlich passiert ist und neue Personen dazu bewogen hat, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Denn, wie unter anderem Matthew Pines in seinen Interviews sagt, die Enthüllung geschieht in kleinen Schritten. Ein Medium nach dem anderen, eine Person nach der anderen. Dieser Kanal wird das genau beobachten und berichten. Noch eine Ergänzung genau zu diesem Thema. Denn, wie auch in den letzten Folgen der Wochenschau in der ganzen letzten Zeit jedes Mal berichtet, äußern sich derzeit immer mehr Leute zu dem Thema, die das zuvor nicht getan hatten. Und es gibt immer neue Orte, an denen das Thema erstmals auftaucht. In der letzten Woche geschah beides nun wieder besonders prominent. Der US-Senator und ehemalige Astronaut Mark Kelly hatte sich in der Vergangenheit eher skeptisch zum Thema UFOs geäußert und immer wieder betont, dass er selber nie etwas gesehen hätte, also auch nicht bei seinen Raumflügen. In einem neuen Interview änderte der Senator nun aber überraschenderweise seinen Tonfall. Er betonte zwar nach wie vor, dass er persönlich nichts erlebt hätte und auch nicht wirklich daran glaubt, dass wir außerirdische Besucher hier hätten. Andererseits meinte er aber, das Universum sei so groß, da wäre alles möglich. Und außerdem hätte er sehr überzeugende Aussagen von Navy-Piloten gehört, die nicht erklärbare Dinge gesehen haben und denen er vertraut. Auf eine Nachfrage des Interviewers meinte er, seines Wissens nach wüsste derzeit auch niemand genau, womit wir es eigentlich zu tun haben. Angesichts seiner Stellung als Senator und seiner früheren Aussagen kann man hier durchaus sagen, ein weiterer Dominostein ist gefallen. Link zum Interview-Clip in der Beschreibung. Auch Donald Trump hat sich schon wieder im Laufe des Wahlkampfs bereits zum dritten Mal zu seinem Wissen über UAPs geäußert. Wie schon zuvor, siehe unsere Breaking News dazu, betonte er erneut, dass er nicht wirklich an UFOs glaubt. Aber stattliche Navy-Piloten, die noch besser ausgesehen hätten als Tom Cruise, also Donald Trump eben, hätten ihm glaubhaft von ihren Sichtungen erzählt. Das erzählte er diesmal in der Fox-News-Show Gutfeld. Gutfeld ist eine Art Satire-Talkshow von rechts und eine Antwort auf die meist eher linksgerichteten anderen Late-Night-Talkshows. Trump erzählte in der lockeren Atmosphäre der Show auch noch, dass er diese Frage laufend gestellt bekäme. Außerdem erweiterte er seine bisherigen Statements um ein Detail. Laut seinen neuen Aussagen hätten die Piloten ein rundes Objekt beobachtet, das viermal so schnell gewesen sei wie ihre Düsenjets. Das ist insofern interessant, weil es nur eine von zwei Sachen bedeuten kann. Entweder Trump hat wieder einmal etwas hinzufantasiert, um seine Story toller zu machen, oder er hat tatsächlich neue Informationen preisgegeben. Trumps Auftritt in dieser Show bescherte dieser übrigens einen Zuschauerrekord von 4,9 Millionen. Was bedeutet, dass auch hier wieder Millionen Leute zum ersten Mal von diesen Dingen als reales Phänomen gehört haben. Übrigens, abgesehen von Politikern hat sich auch der Kanadier und mehrfache Weltmeister in Mixed Martial Arts, Georges St-Pierre, auf seinem Twitter-Kanal zu dem Thema geäußert. Und seine zwei Millionen Follower dazu aufgefordert, sich näher mit dem Phänomen und der UAP-Enthüllung zu beschäftigen. Kleine Schritte. Ein Medium nach dem anderen. Eine Person nach der anderen. Spannendes erfuhr man kürzlich in einem Artikel auf Grenzwissenschaften aktuell. So plant die Uni Würzburg, sich an einem Projekt zu beteiligen, das nicht einfach nur eine weitere Kamera, einen weiteren Roboter oder einen weiteren Helikopter auf den Mars bringen will, sondern gleich einen ganzen Schwarm von solchen Geräten. Darunter solche, die in Höhlen eindringen sollen und auch autonom Fliegende. Sie alle werden in Zukunft weitaus größere und unterschiedlichere Gebiete auf dem roten Planeten erforschen als je zuvor. Eine zusätzliche Kamera wird dabei außerdem explizit der Suche nach UAPs über dem Mars gewidmet sein. Tatsächlich gibt es nämlich regelmäßig Aufnahmen von bisherigen Mars-Missionen, die nahe legen, dass nicht nur bei uns, sondern auch am Himmel über dem Mars so einiges an unbekannten Flugobjekten herumschwirrt. Diese soll die neue Kamera nun suchen und analysieren. Genaueres rund um die deutsche Mars-Mission Wamex auf Grenzwissenschaften aktuell, sowohl als Artikel als auch als Interview mit dem Leiter des Projekts Hakan Kayal. Bis dieses Projekt tatsächlich auf dem Mars gelandet und aktiv sein wird, werden jedoch noch einige Jahre vergehen. Aber immerhin wird ein Teil der Technik bereits im nächsten Jahr in einem Steinbruch getestet. Also auf der Erde. Gut, das wäre es für diesmal. Nun noch zu ein paar kleineren Dingen in eigener Sache. So kann ich mit Stolz berichten, dass mein Kanal eine Art Auszeichnung erhalten hat. Zumindest eine sehr prominente, lobende Erwähnung. In der Comicszene ist der Name Millus wohl bekannt. Der Comiczeichner und Illustrator schreibt aber auch einen verschiedenen Medienthemen gewidmeten Blog namens Der Gute Blog. Und dort wurde UfoTV vor kurzem in eine Liste der besten Mystery-Crime-Podcasts 2024 aufgenommen. Wieso unser Kanal in diese Liste passt und was Millus sonst noch dazu zu sagen hat, findet ihr auf seinem Blog. Link in der Beschreibung. Außerdem war ich wie angekündigt letzte Woche Live-Gast bei dem traditionellen Webradio CropFM. Die Open-End-Sendung dauerte dann knapp über dreieinhalb Stunden. Die Zeit ist aber zumindest für mich wie im Flug vergangen. Thema war im Prinzip alles, was auch regelmäßig auf diesem Kanal Thema ist. Wer sich die Sendung gerne nachträglich anhören möchte, Link auch dazu in der Beschreibung. Zuletzt möchte ich noch ankündigen, dass der Ausbau des Interview-Formats auf diesem Kanal unmittelbar bevorsteht. Zwar werden Interviews hier auch in Zukunft nicht den Schwerpunkt darstellen, aber es sollte mit der Zeit doch mehr als nur das eine werden. Jedenfalls habe ich ein paar interessante Gäste auch außerhalb der üblichen Verdächtigen in der Pipeline. Lasst euch überraschen. Um davon rechtzeitig zu erfahren, empfiehlt es sich natürlich, diesen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Und falls es euch gefallen hat, das was ihr gerade gehört habt, dann seid doch so nett und hinterlasst mir ein Like. Auch kommentieren hilft der Verbreitung dieses Videos und dieses Kanals sehr. Ebenso das Teilen. Meine sonstigen üblichen Plugs diesmal nur in Form einer Aufzählung. Ihr könnt mich unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, durch Superthanks, durch eine Spende in der Trinkgeldkasse, durch den Einkauf in meinem Merchandise-Shop, dem Erwerb eines meiner nicht-UFO-bezogenen Bücher in meinem Internetbauchladen und indem ihr mich für einen Vortrag bucht. Mit all dem helft ihr meinen Bemühungen, die Enthüllung auch im deutschsprachigen Raum voranzutreiben. Und werdet damit selbst zum Teil der Disclosure-Bewegung, aber auch einfach nur weiter zusehen, finde ich bereits großartig und bedanke mich dafür recht höflich und herzlichst. Also, in diesem Sinne, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank!